Weltweit existieren hunderte Arten von verschiedenen Blattläusen, die jedes Jahr erheblichen Schaden an Pflanzen verursachen. Die kleinen Insekten können sich an unterschiedlichste Bedingungen anpassen und existieren schon seit über 200 Millionen Jahren. Doch was kann man genau gegen diese Schädlinge unternehmen? Eine natürliche Methode zur Bekämpfung von Blattläusen ist die Verwendung von Oregano aus dem Gewürzschrank. Das mediterrane Gewürz ist bei den kleinen Insekten unbeliebt und wirkt effektiv gegen Blattläuse. Aus 10 Gramm getrocknetem oder 100 Gramm frischen Oregano und kochendem Wasser wird eine Art Tee hergestellt, der ca. 15 Minuten ziehen sollte. Nach dem Sieben wird dieser Sud im Verhältnis 3 zu 1 mit Wasser verdünnt. Anschließend wird der Oregano-Sud in einer Sprühflasche abgefüllt und kann direkt auf die betroffenen Pflanzen gesprüht werden. Bei besonders hartnäckigem Blattläusbefall sollte diese Prozedur einige Tage später wiederholt werden.